Hallo liebe Aufwach-Community. Ich freue mich heute ganz, 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 ganz toll und bin so richtig aufgeregt, denn ich habe heute wieder Marvin vor der Kamera. Und Marvin hat ein ganz tolles Produkt mitkreiert und ja, wir wollen heute einfach darüber reden, was es damit auf sich hat, was es für euch Gutes tun kann und wird und wie er die Zeit jetzt genutzt hat, wo doch der Stillstand etwas da war. Also Marvin, ich freue mich total auf unser Gespräch und lass uns jetzt mal hören, was du so in den letzten Wochen getan hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, grundsätzlich, das letzte Mal, als ich hier war, haben wir über Neobids gesprochen. Das waren die Hörprogramme, die man anwenden kann, um sein Bewusstsein zu verändern. Also eine Methode, die man aus dem Mentaltraining kennt. Und Mentaltraining ist eigentlich so eine Technologie, sage ich mal, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, schon seit etlichen Jahren. Damit hatte ich vor gut zehn Jahren, würde ich sagen, privat angefangen, habe mich dann mit den ersten Themen beschäftigt. Die stammten meistens auch aus Amerika und habe dann realisiert, okay, normalerweise sollte das Ganze schneller gehen. Warum funktioniert es denn einfach bei mir nicht? Und ja, das Interesse hat mich dann tiefer in die Thematik reingeführt und hat dann irgendwann zu Neobids geführt. Und auf jeden Fall haben wir jetzt mit Neobids eine Erweiterung an den Start gebracht und das ganze Projekt nennt sich BrainPlus. Und BrainPlus an sich ist sozusagen die Erweiterung des Basisangebots. Wir versuchen damit also nochmal einen Schritt weiter zu gehen und Menschen auch mehr Mehrwert zu geben auf einer höheren Ebene. Und das Ganze haben wir mit einem Biotech-Unternehmen aus der Nähe von Köln zusammen etabliert. Es geht dabei um Energy. Und Biotech, zumindest in dem Bereich, finde ich sehr interessant, weil man von zu Hause aus ohne Vorerfahrung relativ einfach eine Veränderung finden kann. Denn wenn man sich diese ganzen Mentaltraining-Methoden da draußen anschaut, dann fällt auf, dass die natürlich wirksam sind. Es gibt Yozidasträume, es gibt Astralreisen, es gibt Hypnose und vieles mehr, was man anwenden kann. Aber alle haben eins gemeinsam und zwar, dass man meistens keine Energie dafür hat. Und das kennt man ja. Wenn man sich den Menschen anschaut, dann ist man in seinem Alltag gefangen. Man hat meistens diese energetischen Ungleichgewichte, die übrigens immer früher kommen. Und dementsprechend versucht man mit 5% quasi Mentaltraining umzusetzen, aber kommt gar nicht an diese maximale Wirkung. Und da wollen wir eingreifen und wollen dem Bewusstsein und dem Körper Energie auf Knopfdruck geben mit BrainPlus. Klingt spannend. Also ich sage mal, ich arbeite ja auch seit mehreren Monaten jetzt mit NeoBeats und bin auch total begeisterte Anwenderin davon. Ja, am meisten hatten wir gerade diese Mind Mastery angetan. Das ist so das, was so meins jetzt gerade ist. Aber natürlich auch den Planeten. Die acht Stunden schaffe ich zwar nachts nicht mehr durchzustehen, weil ich nicht so lange im Bett bin dann doch. Aber ja, ich denke schon, das hebt einen wirklich auf eine andere Ebene, wenn man sich darauf einlässt. Und wenn du jetzt so dieses Energy noch dazu bringst, ja, ein wenig durfte ich ja das Gerät schon kennenlernen, darüber sprechen wir da vielleicht noch, ist der Effekt natürlich extrem hoch, zumindest für mein Empfinden. Genau. Also die Erfahrung teile ich mit dir. NeoBeats habe ich natürlich auch täglich in Anwendung, natürlich. Und man kennt das. Also das Bewusstsein wird verändert und man merkt, okay, das Bewusstsein erweitert sich auch. Also das menschliche Wahrnehmen, wie man das kennenlernt oder wie man das früher kannte, so im Alltag, dass man ja so ein bisschen gestresst ist, aber auch so ein bisschen produktiv, das verfliegt eigentlich. Und man erkennt diese ganzen Nuancen auf einmal wieder. Man kann auch richtig produktiv sein, man kann auch tief schlafen, man kann meditieren, Trance-Erfahrungen haben und so weiter und so fort. Und dann kam aber bei mir irgendwann der Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, mein Bewusstsein scheint ganz okay zu sein mittlerweile, aber mein Körper spielt noch nicht so richtig mit. Was kann ich denn da machen? Und dann habe ich mich in dieses große Gebiet der alternativen Medizin, der Gesundheitslehre reingewagt, in diesen Dschungel muss man sagen, habe dann auch viel kennengelernt, viel ausprobiert, viel gemacht und getan, habe aber nie so diesen Status Quo brechen können. Und so geht es auch anderen Menschen in meiner Familie, unter anderem meinem Opa. Bei ihm ist es so, mittlerweile weit über 80 hat er Probleme mit der Luft. Also mit dem Einatmen, der bekommt im Sommer, wenn es warm ist und heiß und schwül, bekommt er keine Luft mehr so richtig. So, und dann habe ich mich langsam aber sicher damit beschäftigt, was kann man denn im Bereich Atemtherapie machen? So, und dann trifft man erst mal auf die ganz großen Unternehmen, die zum Beispiel die Sauerstofftherapie propagieren. So, habe dann aber relativ schnell gemerkt, das kann nicht der Weg sein, weil der Mensch lebt in einer natürlichen Atmosphäre und er lebt nicht einfach in einer Atmosphäre, wo nur Sauerstoff herrscht. Wir haben da unter anderem auch die Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck, wir haben Argon, wir haben die ganzen anderen Oxide, die damit zugehören. Auf jeden Fall kam ich dann nach meiner Recherche auf Anity. Wie gesagt, das ist ein Biotech-Unternehmen aus der Nähe von Köln, habe mich dann auch mit dem Geschäftsführer Guilu Birter getroffen und konnte sogar so ein Gerät für meinen Opa bekommen und sogar für mich. So, und das Fazit kann ich eigentlich kurz machen. Mein Opa kann viel besser atmen, ihm geht es deutlich besser, hat Energie, er ist produktiver, er ist auch klarer im Kopf. Und für mich persönlich habe ich auch direkt eine Veränderung gespürt. Also ich war produktiver, was meine Arbeit angeht und habe gemerkt, okay, durch diese körperliche Energie, die ich jetzt habe, kann sich auch mein Bewusstsein viel besser entfalten. Und eigentlich ist es eine Wechselwirkung, weil der Körper kommt nicht ohne den Geist aus und der Geist kommt nicht ohne den Körper aus. Wenn man allerdings nur den Geist verändert und nicht den Körper, dann ist man nur auf halber Strecke. Und wenn man sich dann anschaut, wie Menschen normalerweise Energie bekommen, dann merkt man, dass sie entweder auf ihre Ernährung achten wollen, weil sie denken, okay, durch die Ernährung bekomme ich Energie. Schaut man sich allerdings die Ernährung an, ist sie meistens denaturiert, frei von Nährstoffen. Da sind ganz viele negativen Inhaltsstoffe trennen, wie zum Beispiel Plastik und so weiter und so fort. Und dann kommt man einen Schritt weiter. Dann merken die Leute, okay, vielleicht müsste ich mein Trinkwasser verändern. Denn wenn man einmal einen Blick in die Leitungen reinwirft, dann merkt man, ja, muss man nicht unbedingt haben. Da sieht man energieloses Wasser, man sieht da Hormonrückstände, Medikamentenrückstände und vieles, vieles mehr. So und letztendlich der letzte Weg, den wir hatten, dass man seinen Atemdruck verändert. Also, dass man merkt, okay, auch Atemluft, in der wir drin sind, die ist nicht mehr so richtig optimiert, wie sie früher mal war, vor 150 Jahren, vor der Industrialisierung. Denn in den Großstädten hat man die ganzen Abgase, man hat den Feinstaub, man hat die Toxine, man lebt in Wohnungen, wo die Luftfeuchtigkeit nicht mehr stimmt, wo man nicht mehr geerdet ist, weil man im zehnten Stock ist. Ja, und unterm Strich habe ich also realisiert, der schnellste Weg, um Energie zu bekommen, ist über die richtige Atematmosphäre. Denn ein Mensch kann drei Wochen ohne Essen überleben, er kann drei Tage ohne Trinken überleben, aber er kann nur circa drei Minuten ohne Atmen überleben. Und das ist der wichtigste Hebel im Bereich Gesundheit, den ich kennengelernt hatte. Das ist richtig. Ich sage mal, und die Atemluft, wie unterschiedlich das ist. Also, wir wohnen hier ein bisschen in der ländlichen Gegend. Und sobald man in die Großstadt reinkommt, wo ich kürzlich mit meinem Sohn noch ein paar Tage war, merkt man schon den extremen Unterschied und wie es einen belastet. Also, ich war so froh, wo wir wieder zu Hause waren. Es war schön, der Ausflug, aber es war kurz vor der Corona-Zeit noch. Das war so unser letztes Rauskommen, sozusagen, bisher. Aber die drei Tage waren extrem belastend für mich, auch für ihn. Und da merkt man erst mal, was es für Unterschiede gibt. Und ich sage mal, auch selbst die Landluft ist ja nicht gerade die allerbeste, die wir haben. Und trotzdem ist das schon ein Unterschied zu den Städten. Und dort wohnen ja die Massen von Menschen. Total, total, ja. Also, man denkt, auf dem Land wäre man sicher. Und das stimmt auch zum Teil. Man hat vielleicht Wälder vor sich. Man kann auch mal durch den Wald gehen. Und wenn man das regelmäßig kann oder jeden Tag kann, umso besser. Dann ist man auf einem guten Weg. Die meisten haben dafür leider aber keine Zeit. Hast du keine Zeit? Dann nehmen sie sich die nicht. Und wenn man sich die Wälder anguckt, das ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, das ist das Nächste. Das muss man leider auch sagen. Genau, ja. Und wenn man dann sogar in die Moleküle der Atematmosphäre reinschaut, dann merkt man, dass die Luftfeuchtigkeit auch sehr wichtig ist. Also nicht nur der Sauerstoff, den wir mit 21 Prozent haben, nimmt Einfluss auf die ATP-Produktion, also die Energiebereitstellung in unserem Körper, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, also das Wasser, was wir haben. Und so ist es, dass wir circa 12.000 Liter Luftatmosphäre pro Tag einatmen. Und in dieser Atmosphäre sind circa 150 Milliliter Wasser enthalten. Und diese ganzen Wassermoleküle haben einen erheblichen Einfluss auf uns. Und wenn die jetzt natürlich mit Toxin belastet sind und energielos sind, ist das was ganz anderes, als wenn sie im hexagonalen Zustand zur Verfügung stehen, der wiederum sehr bioverfügbar für den Organismus ist. Und diese 150 Milliliter, wenn man das mal hochrechnet, sind circa 1,3 Trilliarden Wassermoleküle. Also wie kleine Batterien, die entweder unsere Zellen, unsere körpereigenen Batterien aufladen oder die energielos sind und uns keinen Mehrwert bieten. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass wir verstehen, dass wir diese 80 bis 120 Millionen Zellen, die wir in unserem Körper haben, täglich aufladen müssen durch irgendeine Art oder irgendeine Möglichkeit, die da draußen vorherrscht. Und wenn es nicht die Ernährung ist und nicht das Trinkwasser und die Luft nur so halb, dann muss man da irgendwie eins draufsetzen und einen Weg finden, wie man sich diese Energie holt. Und das ist genau der Weg, den wir dann mit BrainPlus sozusagen genommen haben, dass wir also sagen, wir fügen oder wir stellen dem Körper Atmosphäre in der richtigen Form bereit, dadurch auch Energie auf Knopfdruck sozusagen, weil diese Energie in der Luft eine ganz andere Form ist, als wie wir sie jetzt zum Beispiel in der Großstadt kennenlernen. Und dadurch können wir unsere körpereigenen Batterien aufladen und haben dann auch ein ganz anderes Bewusstseinslevel, weil wir einfach Energie haben, einen Energieüberschuss sozusagen. Ja, das ist also, ja klingt alles so spannend und ich habe ja auch schon die Chance gehabt, dieses Gerät zu testen. Und kann auch wirklich sagen, dass es unglaublich viel bewirkt hat und ich habe das am Anfang selber gar nicht so richtig glauben können, weil die Konzentration auf jeden Fall ist höher geworden. Ich kann besser an einer Sache dranbleiben. Aber für mich waren andere Nebeneffekte noch viel, viel extremer. Also ich bin, habe zum Beispiel einen sehr, sehr unruhigen Schlaf oder komme einfach gar nicht in die Tiefschlafphase rein oder bin nicht reingekommen. Und seitdem ich das Energy nutze, regelmäßig nutze und regelmäßig damit atme, habe ich nachts keine solche Schwitzattacken mehr. Also ich habe wirklich fast täglich die Bettwäsche wechseln müssen, was mir unbedingt immer lustig war. Und auch tagsüber habe ich ja doch immer mit Schweiß zu tun gehabt und hatte immer Wechselsachen dabei. Und das ist wirklich alles weg. Und das ist eine Lebensqualität, die extrem ist. Also ich kann das manchmal kaum fassen. Und das, ja, also ich belaste jetzt auch die Umwelt immer so, weil ich eine tägliche Bettwäsche wasche. Und ja, das ist, es ist halt für einen selber auch ein viel angenehmeres Gefühl. Und ich komme in eine Tiefschlafphase rein und kann wirklich, bin früh erholt. Ja, auch nach wie vor sehr wenig Schlaf, aber ich bin wirklich erholt und nicht zerschlagen. Das ist so für mich ein ganz, ganz großer Effekt gewesen. Ja, unglaublich. Also kann ich nur unterschreiben, das ist wahrscheinlich genau das, was du ansprichst, dass auch das vegetative Nervensystem wieder ausgeglichen wird. Und dadurch hat man auch mehr Entspannung im Alltag, man hat weniger Stress und der Körper kann sich wieder selbst regulieren. Er ist nicht andauernd diesen Adrenalinschocks unterlegen, weil der Körper verstanden hat, dass er sich wieder zurückschalten kann. Und das ist natürlich eins zu eins in Harmonie auch mit den Neobeats, weil da versuchen wir auch mental uns auf ein Level zu bekommen, wo wir wieder entspannen können, wo wir aus diesem Stress, aus diesem Alltagsbewusstsein rauskommen. Und dementsprechend haben wir dann auch die Entscheidung getroffen, dass wir die Neobeats als Basis nehmen und mit dieser Technologie von Energy verbinden und daraus dann das Projekt BrainPlus entstehen lassen. Und das Ganze sieht normalerweise so aus. Man hat also ein physisches Biotech-Gerät zu Hause bei sich stehen. Da kann man sich anschließen und da kann man diese energetisierte Luft einatmen. Und parallel dazu gibt es eine Neobeats CD, die 21-minütige Sessions bereitstellt, die wiederum diese Energie quasi kanalisieren. Also es gibt drei Schritte. Der erste Schritt ist die Energiebereitstellung. Der zweite Schritt ist, diese Energie zu kanalisieren in die verschiedenen Lebensbereiche, die man hat mit Neobeats. Und der dritte Schritt ist dann, diese Energie zu erhalten im Sinne von der täglichen Anwendung, die man hat. Das Ganze benötigt ungefähr 21 Minuten. Und dann ist man täglich sozusagen auf seinem maximalen Level. Und für mich persönlich war es jetzt kein Umstieg von 0 auf 100 Prozent, sondern es ist eher so eine Maßnahme, die man Woche für Woche merkt. Also du merkst, Woche 1 geht es mir 2 Prozent besser, Woche 2 geht es mir 3 Prozent besser, 4 Prozent, 5 Prozent. Und das Ganze kumuliert sich dann immer weiter, weil man merkt, der Körper kann diesen Energieüberschuss nutzen und er kann in ganz viele verschiedene Prozesse investieren. Das können mentale Prozesse sein, das können aber auch körperliche Prozesse sein. Und je nachdem, wie die individuelle Situation bei dir ist, kann es natürlich sich auch im Beruf widerschlagen, weil man einfach produktiver ist. Oder es ist bei einem Schriftsteller, weil er mehr Kreativität hat, mehr Inspiration. Also man weiß genau, wenn man atmet, kann man das Ganze kanalisieren und sich dann bewusstseinstechnisch erweitern sozusagen. Ja, das ist, ich nutze es ja auch bei Meditationen, bei normalen Meditationen und auch mit den Neo-Beats zusammen und der Körper fühlt sich einfach total entspannt. Ja, und es ist ein schleichender Prozess, wie du sagst. Aber ich, also gerade mit diesen extremen Attacken, Schwitzattacken, das war bei mir nach ganz wenigen Tagen einfach nie weggefegt. Das war, also das war sensationell. Also das, wahrscheinlich war dann auch das, diese körperliche Baustelle, meine größte Baustelle. Denn ich denke, dass das Ganze dort auch ansetzt, wo, nie, wo man vielleicht selber hindenkt, was jetzt gerade wichtig ist, sondern, dass die Energie dann dorthin fließt oder das Ganze, ich weiß nicht jetzt richtig, wie ich das erklären soll, aber das es eben dort ansetzt, wo es gefühlt für den Körper am wichtigsten ist. Richtig, richtig. Genau. Wir haben 120 Millionen Zellen, wie gesagt, und 250 Millionen Zellen werden pro Sekunde ausgetauscht. Und das Ganze machen wir ja nicht bewusst, sonst hätten wir viel zu tun, sondern das Ganze ist unbewusst und der Körper hat eine eigene Intelligenz und weiß, wie er damit umgehen muss. Und er ist natürlich immer auf Sparflamme, weil er zu wenig Energie bekommt. Aber wenn dann erstmal die Energie fließen kann, dann fangen diese ganzen Reparaturprozesse an. Und das zeigt sich bei jedem Menschen anders. Also viele Anwender sehen es auch im Bereich Anti-Aging zum Beispiel, weil du einfach auf zellulärer Ebene vitalisiert wirst. Also es hat auch eine Art Verjüngungseffekt. Andere wiederum, die vielleicht jetzt jünger sind, merken, okay, ich habe einfach eine Energie, die ich dann wieder investieren kann. Nach außen hin zum Beispiel. Also ja, jeder hat da einen anderen Effekt für sich. Deswegen wird das Ganze auch momentan erstanden, zumindest von der Elite genutzt, sage ich mal. Also von Unternehmern, von Leistungssportlern, von Prominenten. Die haben da sehr viel Spaß dran, weil natürlich auch viel Performance von diesen Menschen abverlangt wird. Das heißt, das Gerät sieht man momentan zum Beispiel bei Olympia, bei der Formel 1, bei der Bundesliga. Aber das Ziel von BrainPlus ist es, das Ganze auch zugänglich zu machen für Menschen, die das Ganze von zu Hause aus nutzen möchten, die einfach ihren Alltag verbessern wollen und jetzt nicht einer Elite angehören sozusagen. Also ich glaube persönlich, die Technologie würde so in 10, 15 Jahren sowieso den ganzen Markt überschwemmen. Aber wir sind jetzt schon da, dass wir das den Leuten direkt geben können, auch ohne diesen Umweg, dass wir da 10, 15 Jahre warten müssen. Ja, weil du gerade gesagt hast, mehr Energie, also ich sage mal, mein Sohn hat mehr als genug Energie. Er nutzt aber das Gerät auch. Und ich habe bei ihm festgestellt, er ist dann wirklich konzentrierter auch, gerade bei seinen Hausaufgaben. Denn jetzt in der Zeit ist es ja auch doch relativ schwierig, den Tag so einzuteilen, dass es dann alles passt, beziehungsweise, dass man dann wirklich im Dritt bleibt. Und er hat also für mich gefühlt jetzt ein Vorteil gegenüber seinen Schulkameraden, weil die lernen natürlich auch manchmal zusammen, wo er dann wirklich konzentrierter bei der Sache bleiben kann, was ihm vorher schwergefallen ist. Ja, da gibt es auch ein Statement von Herbert Krönemeyer, der meinte, die Technologie von Energy hat den Effekt, dass sie aktiviert und gleichzeitig beruhigt. Das kann ich nur unterschreiben. Also wenn du meditierst, dann werden deine Meditation intensiver. Wenn du am Arbeiten bist, dann arbeitest du produktiver. Also das, was du machst, und das meinte ich mit diesem zweiten Schritt, diese Energie, die du bekommst, kannst du in das kanalisieren, was du machst oder was du erreichen möchtest. Das können Lebensbereiche sein, das können auch einzelne Tätigkeiten sein. Und hier sind dann die Neo-Beats unterstützend, weil sie quasi diese Energie kanalisieren. Das heißt, wenn du jetzt die Energie bekommst und du hörst dir dann eine Session an, zum Beispiel im Bereich Meditation, dann weißt du schon, dass diese Meditation, die du gerade durchführst, nochmal deutlich intensiver wird, weil du einfach die Möglichkeit dazu bekommst, dein Bewusstsein in diese Richtung anzustupsen, sage ich mal. Genau, und das ist der Weg quasi, den ich bei vielen anderen klassischen Mentaltrainingmethoden eigentlich vermisse, weil die Leute teilweise gar nicht die Ressourcen dafür haben. Sie wollen sich zwar verändern, sie kennen die Methoden, sie haben auch Disziplin und Fleiß, haben das vielleicht hunderte Stunden lang gelernt, aber es ist immer noch schwerfällig. Du musst nicht auf den Knopf drücken und das funktioniert, sondern ja, du brauchst einen Coach, du brauchst vielleicht ein Trainingseinheiten, die du erstmal erlernen musst. Die Technik ist vielleicht schwieriger, jetzt zum Beispiel bei luziven Träumen oder bei Astralreisen oder sowas. Ja, da muss man dann schon vieles aufwenden und das haben, also dafür haben die meisten Menschen einfach die Möglichkeiten gar nicht. Deswegen wollten wir es dann deutlich einfacher machen. Ja, das ist, ja wie soll ich sagen, also das ist, das Gute für mich war jetzt am Anfang, also es ist ja immer so, es hat jeder ein beschränktes Zeitfenster und dann habe ich gedacht, auch noch, ja wann, aber meditieren tut man, oder ich meditiere täglich, also kann man das mit einfließen lassen und selbst, also ich frühe immer als erstes, wenn ich ins Büro gehe und der Bildschirm angibt, dann geht als nächstes mein Energy-Gerät an, weil das steht neben dem Schreibtisch direkt und dann mache ich erst mal die 21-Minuten-Session und das kann ich nebenbei machen, indem ich die ersten E-Mails beantworte und man muss ja einfach nur atmen und das fand ich halt auch so gut, also wo ich sage, keine Zeit, die Ausrede zählt dann doch nicht und man kann so extrem viel Gutes für sich selber tun, eigentlich nebenbei, ja, man kann es, umso bewusster man das macht, jetzt wie mit Neo-Beat-Session zum Beispiel ist es noch viel effektiver, doch man kann es auch früh mit in seinen, oder tagsüber in seinen Ganzen mit einfließen lassen. Hundertprozentig, ja, also da merkt man, dass du schon tief in der Thematik drin bist, weil das ist auch meine Erfahrung, also du kannst es nebenbei laufen lassen und es unterstützt dich nebenbei, aber wenn du das auch noch aktiv machst und wirklich dir die Zeit dafür nimmst, 20 Minuten am Tag, das reicht schon, dann hast du da einen unglaublichen Mehrwert, der sich dann auch relativ schnell manifestiert. Also bei mir ist es auch so, seitdem ich das Gerät nutze, trinke ich keinen Kaffee mehr und brauche sonst keine Energie irgendwie in einer anderen Art und Weise. Ich mache das Teil morgens an, mache meine Session, dann geht es los und bin ich produktiv und gegebenenfalls, wenn ich Sport gemacht habe abends, dann mache ich es noch mal kurz vorm Schlafen gehen und dann bin ich ausgeglichen und ja, auch meine Schlafprobleme sind weggegangen dadurch, ganz viele andere Dinge auch, zum Beispiel Schmerzen, Produktivität, Konzentration ist stärker geworden. Wenn man sich mal den Körper anschaut, dann ist es ja auch so, dass das Herz am meisten Energie braucht und das bekommt das Herz auch, aber zum Beispiel unser Gehirn braucht 20 Prozent unserer Energie und wenn hier einfach keine Energie zur Verfügung steht, dann bekommt das unser Herz, weil unser Herz hält uns am Leben, aber unser Gehirn wird dann teilweise auch schon unterversorgt und wenn wir dann den nächsten Schritt machen, am dritten meisten benötigen unsere Augen Energie und dann schaut man mal in die Gesellschaft, wie viele da eine Brille tragen. So, dann ist klar, dass die Energie halt immer in die wichtigsten Prozesse eingeleitet wird, aber in die anderen dann nicht mehr. Aber wenn jetzt dieser Energieüberschuss stattfindet, dann hat man auch diese ganzen gesundheitlichen Vorteile, die man dann erleben kann, nicht nur im Bereich Vitalität, sondern auch bei funktionellen Störungen, die sich dann wieder ausgleichen können. Das stimmt. Also wenn du das gerade so ansprichst, meine Augen sind auch wieder besser geworden. Das ist auch so, oftmals merkt man das gar nicht, dass sich irgendwas verändert hat. Also die erste Nacht, wo ich nie mehr so geschwitzt habe, dann habe ich früher automatisch meine Bettwäsche abgezogen und dann kam mein Sohn ins Schlafzimmer und sagt, hast du die Nacht überhaupt geschwitzt? Anscheinend hat er das auch immer gerochen. Und ich habe die Bettwäsche abgezogen gehabt. Also total unbewusst. Und dann habe ich gesagt, wenn du so fragst, ich habe die Nacht gar nicht geschwitzt. Ich hatte aber automatisch die Bettwäsche, weil das war ja meine tägliche Routine, abgezogen. Und jetzt, wie du gerade mit den Augen sagst, ja, die sind besser geworden. Und das sind halt alles solche Effekte, wo man vielleicht manchmal gar nicht drüber nachdenkt. Und man sollte dann wirklich sich selber genauer beobachten. Genau, genau, richtig. Ja, das sind kleine schrittweise Veränderungen, die dann auch manchmal ganz ambisant sind, die zu beobachten, weil ich bekomme dann öfter das Feedback, ja, es hat sich ja dann gar nichts verändert. Dann frage ich aber mal nach, was so die Probleme waren. Und dann sind die natürlich auf einmal weg. Und den Leuten ist es schon vollkommen aus dem Bewusstsein, weil sie sich nicht mehr damit täglich konfrontiert sehen. Aber ja, die Augen auf jeden Fall. Bei mir ist es ja leider auch so, dass ich viel auf Bildschirme starre, den ganzen Tag habe. Dann auch manchmal trockene, drehende Augen abends. Und das gehört der Vergangenheit an. Also, ja, für jeden ist das individuell. Der Körper kann einfach Energie nutzen. Und diese ganze Medizin für Mitochondrien, für Energie auf zellulärem Level, ich denke, da ist man auf jeden Fall mit dem Mentaltraining der Zukunft unterwegs. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten auch noch vermehrt aufkommen, wenn die Wissenschaft das Ganze erst mal richtig erkennt und annimmt und auch umsetzt. Ja, ich nutze auch von Energy noch den Stream. Der hat mir auch sehr, sehr geholfen. Ich weiß nicht, du nutzt den sicherlich auch, oder? Genau, den nutze ich auch. Also, wenn man das Brain Plus sich anschaut, das Projekt, dann besteht das aus verschiedenen Biotech-Geräten. Da haben wir einerseits das Brain Plus-Gerät. Das ist sozusagen das wichtigste Fundament, um sich Energie von innen zu bereitzustellen. Aber es gibt auch den Weg mit dem Body Plus-Gerät, sich die Energie von außen zu geben. Und das Ganze kann man sich so vorstellen, dass es ein physisches Gerät ist, was ein bestimmtes monogrammatisches Licht aussendet. Und dieses Licht kann man dann auf die verschiedenen Körperpartien auflegen und dadurch dann zum Beispiel Schmerzen, Entzündungen reduzieren und dadurch dann auch einfach mehr Flexibilität, sage ich mal, mehr Dynamik im Körper auch haben. Ja, du sagst es so lapidar. Also, ich sage mal, ich hatte Monate, eigentlich Jahre, wirklich Jahre Probleme, dass ich im Schulterbereich so verspannt war, dass keine Massage und nichts irgendwas geholfen hat. Mein Sohn hat immer geschalten. Er hat dann gesagt, das nächste Auto hat Automatik. Er hat sich immer auf ein neues Auto gefreut, weil er als Beifahrer musste immer schalten. Also, ich habe teilweise solche Schmerzen gehabt, dass ich einfach nicht schalten konnte. Und seitdem ich den Stream benutze, ist einfach dieses, ich lege mir das dann immer auf die Schulter mit drauf, dass das Licht eindringen kann und ich kann mich wieder bewegen, ich kann den Kopf wieder richtig drehen, auch beim Rückwärtsfahren und das ist also, und schmerzfrei schlafen, also es ist, das spielt alles zusammen und das ist so eine, ja, Lebensbereicherung eigentlich auch wirklich, nee, eigentlich, es ist eine Lebensbereicherung und das ist das, was ich so, wenn mir das früher jemand gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, naja, hm. Aber es ist wirklich, es ist extrem besser geworden und ja, auch ich nutze das Gerät täglich und merke auch, dass diese Verspannung, also gerade wenn du viel am Bildschirm sitzt, das mache ich auch, dann weißt du ja, wie schnell die Verspannung kommen und wenn dann wirklich mal eine kommt, die, ah ja, die kriegt man sofort wieder weg, also das löst das sofort und das ist auch so ein Phänomen, was ich mir nie wirklich vorstellen könnte. Ja, absolut, also kann ich nur unterschreiben, das Ganze habe ich auch in der täglichen Anwendung, wir versuchen da auch so ganzheitlich wie möglich zu sein. Wenn man sich funktionelle Störungen auch anschaut, dann können die entweder von innen kommen, natürlich, und dadurch werden die Organe belastet und dadurch hat man dann Abfall von seiner Energie oder man hat funktionelle Störungen von außen, in dem Fall ganz oft bei der Schulter, im Rücken, in den Beinen, weil die ganzen Sehnen verkürzen, die Faszien verkleben und genau da kann man dann ansetzen mit dem Body Plus Gerät und diese ganzen Verspannungen, die man hat, auflösen, weil sozusagen frische, neue Energie reinkommt, die Zellen wieder aufatmen, die Zellen wieder aktiviert sind, dieser Widerstand der Zellen wieder aufgebaut wird und dadurch, wie gesagt, mag dann die funktionellen Störungen weggehen, die sich dann als Entzündungen oder als Verspannungen manifestiert hatten. Vor allem empfehlenswert, abends und morgens das natürlich zu machen, auch als Routineanwendung. Ja, also wenn man das Body Plus Gerät auflegt, also spürt man auch, dass sich die Chakren öffnen. Ja, also ich mache das oft bei der Meditation auch, das Atemgerät und dann abwechselnd auf die Chakren legen und du merkst wirklich, die Chakren gehen auf, der Körperfluss wird deutlich besser. Ja, also zumindest in meinem Empfinden. Ja, genau. Also die Empfindung teile ich. Es ist nicht die wissenschaftlichste Aussage. Ich würde die aber dennoch unterschreiben. Dementsprechend, ich gehe da genauso vor. Also selbst eine Wissenschaft ist ja nur mein Empfinden, so wie ich es jetzt war. Klar, also wir tragen das nicht nach außen, aber ganz viele Leute machen das natürlich, dass sie mit den Chakren arbeiten. Weil klar, das sind die Energiezentren des Körpers und wenn die Energie bekommen, dann fangen die auch an zu arbeiten. Und wenn man sich mal die Chakren im Detail anschaut, was die alles für uns machen und welche Verbindungen da herrschen. Und wenn man sich auch die Unterfunktion von Chakren anschaut und welche funktionellen Störungen daraus entstehen, dann merkt man einfach, dass da eine Verbindung besteht und wenn die wieder funktionieren und harmonisiert sind, dass dann sich auch vieles lösen kann. Ja, ich sage, viele oder werden jetzt mit Chakren, die was am Hut hatten, gerade Bekanntkreis ist es manchmal, sage ich einfach, ihr müsst euch das vorstellen wie ein verstopftes Waschbecken. Das macht ja auch auf, um das Ganze wieder in den Fluss zu bringen. Und genauso müssen wir uns den Körper machen. Genau. Was damit wirklich ein Plus da ist. Genau. Aber ich denke, die Aufwachkommune, die kennt sich sehr, sehr gut mit Chakren aus und weiß von was wir sprechen. Das glaube ich auch, ja. Ja, das ist, ja, ich freue mich total, dass das jetzt am Markt kommt, weil das wirklich enormen Fortschritt bringen wird für jemanden, der sich wirklich bewusster in sein Leben begeben will, bewusster atmen will und wirklich für seine Gesundheit was tun möchte. Genau, genau. Das denken wir auch. Also wir sind da guter Dinge. Wir sind auch offen für jegliche Fragen. Diese Art ist natürlich ein komplexes Thema, wenn man sich das anschaut. Da ist auch viel Wissenschaft hinten dran. Auf der Webseite brain-plus.de haben wir auch einen 40-seitigen Ratgeber zum Beispiel, der über die ganzen Hintergrundthemen aufklärt. Auch haben wir da ein Webinar, was man sich anschauen kann, wenn man tiefer in die Thematik reinkommen möchte. Und ansonsten sind wir dann natürlich offen für jegliche Kontaktaufnahme. Man kann uns da reichen unter support-at-brain-plus, also plus.de. Ja, und können da individuell auf alles eingehen. Von daher freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt losgeht und dass wir etwas zurückgeben können. Ja. Dann danke ich dir, Marvin, dass du uns das mit, als erster mitgeteilt hast, was da so Neues auf den Markt kommt. Wir sind da total gespannt. Und ja, ich hoffe, dass auch der ein oder andere Erfahrungsbericht kommt. Denn das ist ja auch immer ganz, ganz toll, wenn man sagt, ja, wow, das hat sich verändert, weil das ist, ich glaube, das größte Geschenk, was man bekommen kann, weil man wirklich helfen kann und dann auch so ein Feedback bekommt. Das und das und das hat sich zum Positiven geändert. Ja, immer gerne. Alles herschicken, da freuen wir uns drüber und ja, sind glücklich, dass wir da was zurückgeben können. Okay. Marvin, ich danke dir. Alles Liebe für dich und eine ganz, ganz gute Zeit und extrem viel Erfolg mit R+. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ciao. Bis dann. Ja, liebe Aufmerksamkeit, euch sage ich jetzt auch auf Wiedersehen. Ja, und ich denke, dass Marvin euch gut inspirieren konnte und ich freue mich, dass ich ihn für dieses Interview gewinnen durfte. Also alles Liebe für euch und wenn ihr mögt, schaut euch gern das Webinar an. Es ist auf jeden Fall total interessant. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.